Ich bin für meine Verhältnisse derzeit echt ein Langschläfer und das ist eigentlich mühsam, weil man doch früh aufstehen will, fünf am Tag hoch will und schön langsam wird zur Skier. Ich sage, das sollte man ein bisschen weiter tun. Ich weiß nicht, ich gebeique da. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020